Wir alle haben dieses Ziel Weltmeisterschaft Deutschland vor Augen. Das ist so, wir ziehen alle an diesem Strang und das ist die große Stärke von uns, einfach diese Team-Leist. Hau! Zieh durch! Ja! Wahnsinn, was Leinkam! Der traut sich was! Ihr habt zwei unglaublich große Vorteile. Das eine ist diese Atmosphäre im Team. Auf die Plätze. Fertig. Los. Aber hallo, der ist ja betrunken. Und das zweite ist die WM im eigenen Land. Heute wird sich zeigen, ob die deutsche Alpernationalmannschaft wirklich mit der Weltklasse mithalten kann. Preis, erste Chance. Mach ihn! Richtig! Wo ist das? Hin! Mach ihn! Mach ihn! Ja, das war's! Die Deutschen sind im Hauptfinale! Wir machen unsere Grundlage jetzt 30 Minuten nochmal in der Abwehr, Leute. Wir feiern mit... Und gleich jetzt anstrengend. Oh, fest. Hause. Und Henning Weiß. Die Deutschen sind im Hauptfinale-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern. Ehe-Meinser. Glaubt kein Mensch, dass wir da sind.